sitz du jetzt im auto? warte mal, er fährt doch noch, oder nicht? ich bin grad in der garage gewesen. ach du fährst jetzt. ich bin hinten. nein du bist vorne. ich bin hinten eingestiegen. du bist aber auf dem fahrersitz. sieht man doch wo du bist. ich bin hinten eingestiegen. wenn du als erstes ins auto gehst, dann fährst du auch. das ist es ja. nein ich bin auf der anderen seite eingestiegen. ist doch egal. jetzt steig hinten ein. ja ich warte bis einer einsteigt, sonst kann ich ja nicht einsteigen. doch. kann ich nicht, weil du ja jetzt schon zig mal gemerkt hast. weil ich du jetzt schon zig mal mitbekommen hast, dass ich dann immer wieder auf den fahrersitz gezogen werde. ich bin als erster, glaub ich, eingestiegen und war nicht auf dem fahrersitz. also wenn du hinten einsteigst, dann funktioniert das. ja hinten bin ich eingestiegen, genau. warte mal, kann man hier, nee das kann man nicht. halt mal kurz an bitte. halt mal hier mal an. warte mal, ich steig nochmal aus. ich will mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier hinten t drücke, ob das reicht, wenn man neben dem Ding steht. ja komm, Zombie. nee das geht nicht. du musst an so einer station stehen. ja hier ist doch unsere station. ja aber du stehst nicht an der station. nur wenn du an diesen dingern dran stehst, äh geparkt stehst, dann funktioniert das. wahrscheinlich musst du echt aussteigen, ja. ja. und hier war jetzt, glaub ich, keiner. nice! was hat der gesagt? nice? ja. geil. da diese weißen dinger, wenn du da dran stehst, oder halt hier die gelben, dann funktioniert das. ich weiß jetzt wohl nicht, ob es funktioniert, wenn du rückwärts dran stehst. geht das jetzt? nein. du musst wahrscheinlich wirklich draufstehen, dann halt, ne? du musst mal so ein anderes auto mal wegfahren, dann. ja, warte, ich falle das eine gleich mal weg. oder ist egal, jetzt sind wir hier hier. hä, wieso kann er das nicht aufnehmen? ich hab magnum-patronen gefunden. okay, ich hab zwar noch keine magnum. das tötungspotenzial geht etwas runter, aber der zerstückelt mehr, hat längere haltbarkeit und ist besser bedienbar. ja, aber ich hab ja mehr davon, wenn es schneller getötet wird, ne? das ist mal weg. ähm, warte mal. ich spendiere hier nochmal was. medikamente habe ich dir spendiert, okay. und ich muss dir ja, wo bist denn du jetzt? da, nimm mal die zwei sachen an hier. ja, moment. kann ich? ja, mach. weil die musst du auch updaten, dann. ich weiß zwar nicht genau, was geht, aber... ja, aber das problem ist, ich kann, ich kann gar nichts updaten, gerade weil er mir sagt, wahrscheinlich muss ich das erste ganze ding upgraden. und dafür brauche ich behälter für chemikalien sechs, äh, fünf und sechs von diesen barren da, von diesen materialien. warte, warte, warte. behälter für chemikalien brauchst du. wo ist denn der typ jetzt hin? da hab ich 33 von. behälter für chemikalien und was war das andere? äh, von diesen materialien brauch ich. ja, was für materialien? diese, diese barren da, was er sagt, das ist ja hier drin, was zu machen. du musst mir schon sagen, wie das heißt, das kann ich nicht suchen. mit der presse hier. ich kann das... ich kann das... jetzt mal aufwerten... erweitertes lager... ja, diese kosten, diese 10 von... sie sieht aus wie barren, sehen das? das sind materialien. also es heißt materialien, oder wie? nein, da steht nichts bei, da steht 10 und ein symbol davor, und das sind so über drei übereinander gestapelte materialien. keine ahnung, was das sein soll. sowas habe ich hier nicht drinnen. ich weiß nicht, was das sein soll. ja, die hat das... die habe ich ins lager getan gerade. das war, ähm... das sind praktisch die baumaterialien. äh, wo bist denn du? hier im lager? ja. warte, nimm das mal an. aber ich will mal gucken, ob der das nicht hat. oder hier liegt noch was. kann ich nicht... kann ich nicht nehmen mit dem. wenn es weg ist, ist es weg. sind 33 chemikalien. hab ich lange für gesungen. ich weckste ab den anderen. wir müssen die morale ab den anderen. hm. wolltest du jetzt extra testen, ob die weggehen? wieso? die liegen noch nicht mehr da. ich habe sie doch genommen, man. doch, die liegen immer noch vor meinen Füßen. wo? ja, da hinten. warum legst du auch überall was hin? ich lege nicht überall was hin. ich habe gesagt, hier nimm. und dann habe ich gesagt, wenn es weg ist, ist es weg. wenn du durch die Gegend rennst, anstatt die wichtigen Sachen zu nehmen, dann kann ich nichts dafür. nein, ich habe die Sachen aufgesammelt. man hat das Ding jetzt abgegradet. die sind, ähm, na. das ist eine rs-hilfestation. ja, da hast du sehr gebraucht. darum ging es ja. unser lebensmittel sind sehr gering, ne? in der base. ja, ich spendier immer wieder was, aber das war wahrscheinlich der Dieb hier, der die jetzt geklaut hat. ja. deswegen soll das Lager vergrößert werden. das Lager ist vergrößert jetzt, aber das problem ist, wir müssten ja den Dieb stellen noch. die sind ja da oben. ja, das Lager vergrößert heißt, du hast jetzt alle vergrößert oder jetzt nur eine Station? also das Lager halt selber. ja, aber das Lager, das Lager vergrößert hier, dieses hier. das sieht man ja auch. hier ist jetzt irgendwas hier vor, das war hier vorher nicht. ja, weil für mich ist das Lager hier, das ganze hier quasi, deswegen. aber wo siehst du das mit dem Dieb? da hab ich jetzt, oder? auf der Karte. auf der Karte, wenn man da guckt. starten die Action, in denen wir die Kontrolle übernommen. ich hab ein persönliches Ziel von Mun. hier oben, über, bei uns. oh, wir müssen verteidigen. Zombie-Belagerung. ich hoffe, die haben jetzt die Türen. Türen, ausnahmsweise mal. wo? ja, bei uns. hier. ja, ich seh... wie kann ich die jetzt nutzen hier? aber, äh? wo ist, wo sind die? so, ja, die ist ja. auf der anderen Seite. boah. man, wenn die mal im Weg stehen, kann ich hier nicht zielen. die sollen noch nicht rauslaufen, die sollen in der Basis bleiben. ich war jetzt, das waren zwei Zombies, das war ja nichts. ja, da stand Zombie-Belagerung. entschuldige bitte. oh, da hinten ist noch einer. hey, was war das denn gerade hier? ach so, die Autos kann man hier an dem Standort auch verbessern. da ist das jetzt schon so. anscheinend. hey. ne, ich will nicht mit dir sprechen. das oben haben wir verpeilt, weil das hätten wir gleich machen müssen. die sind jetzt, glaube ich, da oben. ja, ich finde oben nichts mit irgendwelchen... wo wir vorhin waren an dem Haus. ja, das war ja eben. das ist jetzt weg, die Aufgabe. aussichtspunkt. warte mal, ich muss hier hoch. aber wo ist denn der jetzt da? und dann? was soll ich denn machen? wenn wir auf Ehren irgendwie wechseln sollen. ich habe jetzt eine Quest hier, oder eine Aufgabe, ich soll auf... auf die, die hier liegt... ja. die soll ich wechseln. wohnen. ja. nun, ja. ich finde, eine krasse Karre steht jetzt hier. also ich habe jetzt ausspioniert, obwohl da nichts Neues kam, und jetzt soll ich eine krasse Karre finden. ja geil, wir haben aber schon eine geholt. die hat ja auch eine Knarre da drin. ja. die hat sogar Munition ein bisschen, aber nicht viel. steht aber jetzt nirgendwo, wo ich die holen soll, oder? doch, hier unten. guck mal. da zu dem Wegpunkt muss ich hin. jeder muss da wohl... da ist auch Benzin drin. ja, habt ihr die gleichen Quests, oder habt ihr andere? ja, die haben wir auch. nein, nein. nee, das ist gleich. aber das ist dann wenigstens wieder gut, weil dann kann man ja trotzdem als Truppe zusammenarbeiten. das ist wirklich eine krasse Karre. polizeiauto, ne? da, pass auf, ich bin hinten eingestiegen. wupp! hast du gesehen? Aua, ich geh weg. hast du gesehen? ja, ja. steig nochmal aus. willst du nochmal sehen? nee, genau, mach du mal. pass auf. und jetzt. wupp! bist du vorne. hast du gesehen, was die für einen Sprung macht? das ist ja das, was ich dir gerade gezeigt habe. kommt die andere auch noch. warte nochmal, steig die ein. ach nee, das ist... steig die ein, das ist hier... äh, Butcher. oh, oh, oh. der lasse fährt. mach ein paar zombies. mach ein paar zombies platt, ja. hoah, wie hört die sich denn an? da vorne? warte mal, ich bin links. Aua, der hat schon ein lilanes oberteil angehabt. Boah, was war das denn, ey? Reicht das schon? Nee, 8, 7, 15. Nee, 2 noch. Sind die vielleicht bei uns noch mal hier? Das sind gerade keine. Fahr nochmal drüber, vielleicht fehlt ja auch. Oh, ne Horde. Ja, reicht. Nee, stopp, die haben das Blutmittel hier. Ja, hol du mal eben. Ach nee, warte, hier ist ein Schreier. Scheiße. Ja, ich hab ne Hälfte. Oh ja. Aber da sind noch mehr. Ja. Ja, der Typ wird jetzt gerufen. Joanne, nicht mich anschießen. Ist das noch Joanne? Ich weiß es nicht. Was soll man jetzt machen? Hey, geh raus aus dem Auto, du Zicke. Warte mal, warte mal, wir sollen einen Totsicht gehen finden. Wo ist der denn? Der Totsicht gehen. Ja, keine Ahnung, ich darf hier nicht mitfahren. Nee. Wieso darfst du nicht mitfahren? Ja, weil die blöde Kuh von mir reingesaust ist und ich jetzt nicht mehr reinkomme. Ich konnte auch noch mit der sprechen gerade. Ja, aber warte mal. Du musst ja auf der Karte steigen. Warte mal, ich steig aus. Ich steig nochmal aus. Steig du mal ein. Äh, hier unten. Da. Nein, steig du mal ein. Ja, aber nicht als Erste. Dann... Dann steig, genau. So, jetzt kannst du einsteigen. Wir müssen unten zur Karte, da habe ich das markiert, 146 Meter. Immer den Orangenpfeil hinterher. Immer den Orangenpfeil hinterher. Ja. Was? Hm? Äh... Gelb. Gelb. Ich habe auch Gelb. Ich habe nur einen Orangen. Du teilst dich jetzt mit einem Blauen. Also ich habe die... Ja genau, das hier habe ich, glaube ich, markiert, ne? Was? Ich soll irgendjemanden den Gehsteig küssen? Den Gehsteig... Du sollst den Gehsteig küssen, ja. Ich, genau. Denk aber dran... Ach, geh doch mal, Joanne, Mensch. Denk aber dran, dass wir nochmal zurück müssen und das eine looten müssen, ne? Ähm... Zum Händler, ja. Och, Joanne! Die geht mir so auf den Sack. Die steht dann immer dumm rum. Mitten im Weg. Wo ist sie? Hier ist auch normales Gelb. Aber irgendwas muss ich noch machen hier. Ja, ist alles Gelb. Der Typ, wo ist der? Machst du denn hier? Nein. Also ich muss das mit Joanne machen, irgendwie. Irgendwas... Sammel doch erstmal die Sachen an, bevor wir hier weiterkommen. Ich kann sie nicht einsammeln, die ist voll. Ja, dann nimm die andere. Obwohl, ne, da darfst du, glaube ich, nicht unterbrechen, stand da eben, ne? Nein, ich darf nicht unterbrechen. Container? Da steht aber drin, das ist... Hä? Oder müssen wir den anlocken vielleicht erst? Lass... Lass den Trupp sich hier in den Gehstein küssen. Na, wenn jetzt einer? Na, außer jetzt, ob der unter uns wäre. Unter uns, ja. Vielleicht gibt's den Keller in dem einen Ding. Oder in dem Gebäude hier. Kommt doch keiner. Hier ist noch was zum Suchen. Ach, vielleicht oben drüber. Ist hier irgendwo... Ne, ja, oben drüber waren wir gerade. Wir haben gerade geguckt oben. Oder ist der hier hinten? Hm. Er sagt zu mir 31 Meter, also hier drin. Warte mal. Auf der anderen Seite hier ist auch nix. Vielleicht muss ich das... Ach, der kommt erst wenn ich jetzt durch Doro wahrscheinlich. Oder? Wenn du was? Also ich hab hier extra Lärm gemacht, bin hier überall durchgesprungen und so, aber der kommt trotzdem nicht. Die Musik ist auf jeden Fall anders. Ich hab ja keine Musik. Keine Ahnung. Lebensmittelpack hab ich im Rucksack mit mehr Lebensmittel. Ja, das sind die Sachen, die ich immer spende. Das ist so ein kleiner Oranger, ne? Hier. Also... Wenn du diesen Außenposten hier überanspruchst, kannst du jeden Tag ein Lebensmittel rucksack. Ja, ich hab dir ja gesagt, wir sind Lebensmittel. Aber da hat so, glaub ich, nicht genug Punkte, oder? Ja. Ey, jetzt zeig ich damit's wieder an, hier drin. Jetzt zeig ich mir definitiv hier was an. Dass ich hier irgendwas machen muss noch. Aber ich kann ja nichts machen. Was sind die... Hier drin war nur ne Machete. Die Klinge. Oder kommt der vielleicht noch zu ner gewissen Uhrzeit raus? Das kann doch auch nicht sein, oder? Denk lieber nochmal drüber nach. Irgendwas kommt jetzt. Passiert jetzt, oder? Ne. Boah, ich dachte, das ist der. Was machst du denn? Äh... Äh... Tobsuchtiger. Süchtiger. Süchtiger. Was auch immer. Äh, ja. Ach, ne. Ich spring von Dach einfach. Ja, das hab ich eben gemacht. Ich bin auch vom Dach. Ich dachte vielleicht, dass ich dann... Ich komm hier gar nicht hoch, hä? Was ist denn? Aber... Der klaut unser Auto! Haltet ihn! Polizistenmörder! Die Polizistenmörder. Kein Plan, was... Irgendwie... Oder es gibt... Warte mal öffnen. Ja, toll! Ja, ich will ja, dass das jemand hört, aber es kommt keiner. Joanne, sorg mal dafür, dass der kommt. Hast du, hier ist auch immer noch was zum Durchsuchen, ne? Für dich. Ja, ja, aber ich kann nichts mehr aufnehmen mit der... Ja, ansonsten durchsucht mal, vielleicht... Was... Was hast du denn... Ja... Was hast du denn noch bei dir drin? Vielleicht kann ich dir was geben. Ähm... Ja, ja, klar. Sieben Plätze hab ich noch frei. Weil ich konnte hier nichts machen. Ach so! Wart ihr eigentlich dabei, die Moon, schon, oder? Nee. Warte mal. Hier. Nimm die Sachen mal. So. Damit ich jetzt voll binne. Du spielst die Moon. Okay. Ja, und ich will nicht... Ich kann nicht wechseln. Wenn ich wechsle, dann sagt er mir, wäre die Quest abgebrochen. Ja, ja. Der hat eben gesagt, du darfst nicht abbrechen, aber... Kam irgendwie... Nee, da hinten, da ist was drin. Wo? Da. Wo ich hinleuchte. Und dann rechts. Irgendwo. Ja, hier ist auch noch was drin. Da kommt was. Ah, jetzt. Ein Zombie. Wo ist er? Ja, im Auto. Ja, wir sollen aber eigentlich den Gehsteig küssen lassen. Nicht hierhin. Ja, ich soll aber immer noch ein... Irgendwo muss noch eins einschließen. Ja, habe ich doch gesagt. Wenn du links ins Badezimmer oder was das ist, da hängt noch ein Schränkchen oder so. Ich kann es aber nicht mehr nehmen, das eine Teil. Das ist nochmal so ein Medi-Pack. Äh, jetzt bin ich schon wieder in den Raum. Warte mal, ich gebe... Warte, ich komm, Bruder. Ich gebe dir nochmal was. Okay. Und zwar nochmal die frische Seifenriegel. Ne, Kiste mit... Seifenriegel? Das hört sich aber irgendwie eklig an. Das ist organischen Blink-Blink-Puffs. Was ist das? Egal, das ist Puff. Flüssigkeitsgegenstand. Ja, ja. Ich gebe es dir da. Kannst du nehmen. Zack. Zack. Ja, ich habe nur einen Platz, meine ich, Freie. Ich kann nicht... Boah. Aber das ganze Stecken vielleicht. Ja doch, den kann ich doch noch. Ah ne, einen habe ich jetzt noch. Kann das sein, dass das die gleichen waren wie eben? Aber jetzt ist das alles hier gelootet. Er sagt mir auch, der Ort kann beanspruchen. Oder muss ich den vielleicht beanspruchen, dass du das damit meinst? Ja gut, dann würden wir Essen kriegen. Das ist jetzt nicht negativ dann, ne? Ne, er sagt Bedingungen nicht erfüllt, weil ich keinen... Weil ich keine Funktion... Die Außenposten haben. Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch begrenzt, die Außenposten haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Punkt, der hätte ich genug, aber... Ich nehme hier mal die Snacks raus, weil die kann ich oben noch stapeln. Dann könnt ihr hier noch eine Sache ins Auto tun, wenn ihr was Platz braucht. Also, sobald ich weggehe, kommt wieder die Anzeige, dass ich da drin irgendwas machen soll. Ja, das ist doch da drin. Ja, aber da ist ja nichts mehr. Ist ja die Scheiße. Er sagt mir nur, ich kann den Ort beanspruchen und fertig aus. Hier kann ich sonst nichts machen. Was do you need? Hier kannst du auch das Zeug dann noch einlagern, ne? Nehmen an. Weil jetzt jemand Platz braucht. Ach stimmt. Das ist ja der Außenposten. Nehmen an, in dessen Außenposten. Ach so, in dem einen da. Naja. Ja. Also es ist auf jeden Fall auf der linken Seite hier, weil wenn ich hier nämlich runterspringe... Ich habe noch das Chemiebuch, was du noch zum Verbessern brauchst. Jetzt tue ich hierherfahren müssen, dass da was... Meinst du, dass durcheinander ist jetzt das? Ja. Ja. Ja, aber wir haben noch alle die Quest. Das ist ja Blödsinn. Ja, das ist nicht komisch, dass das... Ich meine die Tante, dass man mit der Tante hierher fahren muss. Weiß ja, extra steht ja da, Actionheldin Moon. Warte mal, vielleicht fahre ich einfach nochmal mit dem Polizeiautobstück weg und komme nochmal wieder. Vielleicht ist es dann... Oder die Quest ist kaputt. Ja, die Moon bin ich, aber da kommt ja nichts. Wie die Moon bist du? Ja, die Moon bin ich. Ja, die Moon bin ich. Ich bin Moon. Ne, die Moon bin ich. Da habe ich eben drauf gewechselt. Hä? Ja, ist die Moon. Ich bin Moon. Nein, du siehst gar nicht aus wie Moon. Ich habe auf Moon gedrückt und habe die genommen und bin mit der raus. Dann hat sich das ja erst aktiviert mit der Quest. Komm mal mit, wir können hier rübergehen zu dem Charakterwechsel. Da kann man ja auch die Charakter wechseln hier. Hä? Wo willst du denn da Charaktere wechseln? Ja, das kannst du auch. Also angeblich bei diesen Außenposten. Also nicht beim Inventar. Geht auch nur beim Bett. Eben. Ja. Ja, aber da stand da eigentlich... Die kommen auch wieder nicht rein wahrscheinlich. Oder? Warte mal. E... Das ist... Ne, das ist alles nur im Inventar, aber man kann sie nicht wechseln. Ja, warum willst du jetzt wechseln? Ich habe ja die richtige drin. Die sollte ich ja auswählen, die habe ich ausgewählt und dann war das ja durchgestrichen und dann stand da ja oben, ähm... Wäre ja schon mal gut, wenn man wüsste, wer der Todessüchtige. Ich fahr mal kurz ein Stück. Todessüchtiger. Oh Gott, wenn du fährst, geh ich erst mal in das Auto. Vorsicht! Alles klar. Hä? Jetzt hat sich irgendwas verändert gehabt bei der Quest gerade. Oh, komisch. Echt? Na, bei mir nicht. Schnelle Karre. Hellliegen so. Vielleicht muss ich die hier richtig packen. Nein. Jetzt ist... Jetzt gerade war das wieder weg. Hä? Irgendwie ist das komisch. Was ist das denn hier? Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Boah, die kannst du aber gut drehen. Äh, die kannst du bremsen. Da ist die V8, man. Die kannst du bremsen. Mit S auch. Achso, wenn du zurück gehst quasi. Ja. Das ist auch weg. Ja. Also bei mir ändert sich gar nichts, wenn ich fahre. Ja. Also sobald ich hier bin, an der Stelle. Weil das heißt ja Bürgersteig, äh, Gehsteigküssen. Hier ist zwar kein Gehsteig irgendwo, aber... Ja, vielleicht hätten wir den nach hier locken müssen und dann... Aber das ist ja die Straße. Keine Ahnung. Oh, da kommt was, oder? Du bist so. Ich Untertitelung des ZDF, 2020